Musik Jan und Katrin sind ein ganz normales Paar mit einer ganz normalen Beziehung. Auf uns. Musik Angie hat sich gerade von Paul getrennt und Udo bleibt jetzt einfach für immer sing. Ganz ruhig, tun Sie nichts Unüberlebtes. Also los, du redest mit ihm und quatscht ihn mit ganz viel Gefühl wieder rein. Ich? Ja. Aber das ist mein erster Tag heute. Das ist mein Freund Donnie. Das ist kein anderer Weg gesehen, die Inuit-Mutter mit ihren zwei Babys vor einem schlimmen Schicksal zu bewahren. Und Sie haben diesen Eisbären nur mit einem Messer erledigt. Die Verfilmung des populärwissenschaftlichen Beziehungsratgebers von Alan und Barbara Pies, inszeniert von Leander Hausmann im Stil der 70er-Aufklärungsfilmchen ohne Bett und Lattenrost. Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Musik 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 Musik